Der Ersten Jürg, hier in der Europäischen Konferenz zu begrüßen. Ich hoffe, Sie in aller Herzen eine gute Zeit, der angegenden Wirtschafts, gute Begegnung und intensiv gestreut wird. Ich möchte Ihnen gerne den Regeneratum unserer Abschlussveranstaltung vorstellen. Dr. Markus Giesny aus Brüssel in Belgien hat, wie er selber sagte, drei Ebenen gelebt. In seinem ersten Leben war er Theologe und hat russische Demokratie gelehrt. In seinem zweiten Leben war er politischer Berater der Europäischen Kommission. Das ist das Organ der EU, das legislativ und exekutiv ist, also eine analytische Einflussung gemacht. Und in seinem letzten Leben ist der Vizepräsident zwei Euro Business Codes, einmal an den Sack, in der Koalse und in der Welt hat, in Saudi-Arabien. Außerdem ist der Berater von Orgobel in Südindien. Er hat ein Buch über die Wissenschaftsgesellschaft geschrieben, was online auf Freize-Kartikeln steht. Und er wird uns jetzt zu uns sprechen beim Söder-Ziener-Böhrung 2020. Ich freue mich sehr, dass ihr es und wir begrüßen ihn ganz herzlich. Herzlich willkommen. Das ist eine große Herausforderung für die Wissenschaft und Technologie in den kommenden Jahren. Die Geschichte geht so. Wir sind in 2020 und Ihre Mutter hat einen Trailer. Die Trailer ist in der Schule. Die Schule telefoniert die Mutter und sagt, das ist eine kleine Probleme. Es ist eine kleine Probleme, weil die Mutter nicht wirklich von der Mutter ist. So wir haben eine Proposal. Was ist eine Proposal? Was ist eine Proposal? Was ist eine Injection? Eine Injection ist eine Eine Injection ist eine Injection in der Zukunft. Was ist eine Injection? Eine Injection ist eine Injection. Eine Injection ist eine Injection. Ein Jahr. Wir können die Weiterentwicklung in den Wurzeln. Die Suche in der Höhe von der Mutter wird natürlich nicht gut. Aber wenn Sie wiederaktiv sind, Das ist ein negativ zu sagen. Das ist ein negativ zu sagen. Es ist ein negativ zu sagen. Ich beginne mit this, das ist ein negativ zu sagen. 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 Aber wir müssen uns bewusst sein, dass die Gefahr dahinter sind und wir müssen uns bereit sein. Das ist ein negativ zu sagen. 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 Ich verstehe, dass das alles, was du für meine Meinung bist, du bist auch für die Post-Industriebe. Das ist das, was ich versuche, zu erklären. Ich werde nicht lange reden. Ich werde 40 Minuten reden. Und dann, ich denke, es ist viel mehr interessant für Fragen und Antworten. Ich spreche in Englisch. Ich spreche in Englisch. Wie ist Peter Druck? Die Leute in der Business-Management wissen sehr gut, Peter Druck. Er ist der größte Untertitel. Und er hat geschrieben. Er hat geschrieben. Er hat geschrieben. Das ist Post-Capitalist-Society. Das ist nicht ein Marxist. Das ist ein Mann. Er hat geschrieben. Er hat geschrieben. Er hat geschrieben. Er hat geschrieben. Entschuldigung. Er hat geschrieben. die politische und soziale Strukturen, die Art und die wichtigste Institutionen. 50 Jahre später. Das ist ein anderes Wort. Er war das in 1990. Das heißt, in 2040, wir werden in eine andere Gesellschaft sein. In 2040, wir werden in eine andere Gesellschaft sein. Das ist ein anderes Wort, das geht jetzt. Und jeder von uns fühlt es hier. Und es gibt nicht genug Begründung. Jetzt gehen wir sehr kurz durch die Dias, zu sehen, wie wir die Menschen erklären, was passiert. Die Menschen, die Menschen, die Menschen erklären, Sie werden alle Worte gesagt haben, Sie wissen, dass Sie das Worte ausdrücklich sind. Sie sagen die alle Worte ausdrücklich sind. Sie wissen sie nicht. Sie wissen etwas. So, let's just put words of intuitions that many people have. Next one. You see? They are there. The blue is not very clear. The blue is the agrarian train model in society. And here. Yes? That was the animal with the rangers. You see? End of the middle ages, it's made a conflict. Because the people in power, in the agrarian society, the monasteries, the churches, did not want to give up the power to the industrial society coming up. And now, they are there. We are at the end of the peak, the end of the industrial society. And we are going towards the normal society, which is also post patriarchal. Now, will education, and this is the key question, will education be on the green arrow? You see that green arrow? Going from the pink to the green. From the pink to the green. So, the difficulty of education today, is that you have to have one foot in the pink, and the other foot in the green. You have to take the people where they are, and bring the people. You are not anymore, you see? Like I said, you are not anymore alternative people. You are on the green. On the new. So, Fini. Let's finish. You said that you are alternative people. No. You said that you are alternative people. You are already on the new. And let the dinosaur die. So, never in the dark. Never, never, never touch, never touch in the green.